Das Bauwerk ist vollendet. Ich hab garantiert keine Angst vor euch. Die Rune ruft auf der Stelle. Ich glaube, wie wer ich bin. Ein Schild. Auf der Stelle. So, und jetzt wird die Länge gesammelt. Ich denke mal, ich spiele das jetzt ein bisschen anders, als ich sonst immer spiele. Einfach für den folgenden Grund. Ich mache hier halt den Let's Play und ich glaube, dass wir zügig vorankommen. Was ist euer Begehr? Dorthin. Was ist euer Begehr? Hab ich jetzt zwei gebaut oder was? Sprecht. Rasch. Aber der Sarg kommt jetzt sicher nicht gut an. Das brauche ich natürlich noch mal Arbeiter dafür. Ja, sofort. Was ist euer Begehr? Das ist nicht weit. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Okay. Was ist euer Begehr? Das ist nicht weit. Gucken wir dann auf vier. Das ist okay. Meine heilige Pflicht. Ja. So. Ich denke mal, das war es doch schon mal für diese Ausgabe von Spellforce of the Earth Dawn. Elend sehen. Schnell wie ein Pfeil. Wir vernichten doch den Typ hier. Los, Schwestern. Ich bin der Mikro. Ihr seid meine Zuschauer. Und das ist die letzte Karte von dem ersten Ende. Mit der Pass. Ciao.